Auxalia Bauen Digital, ich denke das ist eine gute Zusammenfassung von den Dingen, die wir gut können. Auxalia ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Das ist mir besonders wichtig, weil der Mensch im Mittelpunkt steht und in diesem Falle ist es der Kunde und unsere Mitarbeiter. Die Auxalia hat sich gegründet aus CAD Studio und Bytes & Building. Wir sind ein Beratungsunternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und wir helfen der Baubranche, die Digitalisierung weiter voran zu treiben. Wir haben heute sieben Standorte. Der Hauptsitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, in Köln, in Darmstadt, in Bad Dürrheim, in Sins in der Schweiz und in Wien in Österreich. Wir haben uns sehr früh fokussiert auf das Bauwesen. Die Mitarbeiter bei uns sind Bauingenieure, Architekten oder auch Techniker und sprechen die Sprache der Kunden. Wir decken den Architekturbereich ab, die Gebäudetechnik, den Anlagenbau, den Ingenieurbau und den Tiefbau, den Infrastrukturbereich. In erster Linie sind wir ein Autodesk-Fachhändler und vertreiben die Softwareprodukte für das Bauwesen. Ich selbst war bei der Einführung von Autodesk Gravity beteiligt vor über 20 Jahren. Autodesk liefert den Standard. Das heißt aber gleichzeitig auch, ein weltweiter Standard braucht lokale Anpassungen. Dass man VB-gerechte Massen zum Beispiel aus unseren Lösungen hinten rausbekommt, dass wir Bauteile mitliefern, dass wir Eigenschaften hinterlegen, die ganz speziell für den deutschen, österreichischen und schweizer Markt gefordert werden. Die ProjectBox und die Plantools, das sind unsere Flaggschiffprodukte, auf die sind wir ganz besonders stolz. PIM ist ein Prozess, der eigentlich kein genaues Ziel an und für sich hat und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir mit dem Kunden in Vorgesprächen herausfinden, wo er sich heute befindet und welchen Schritt er als nächstes machen möchte. Ganz besonders stolz sind wir auf unserer Hotline. Jeder, der einen Fehler vielleicht nicht so einfach beschreiben kann, bei dem schalten wir uns per Wernwartung auf, nehmen die Maus in die Hand und helfen ihm, sodass er sehr schnell weiterarbeiten kann und keine Zeit verliert. Die Vision der Auxalia ist es in fünf Jahren, also im Jahr 2024, der größte Dienstleister im Bereich Autodesk-Lösungen zu sein und dort werden wir uns hin entwickeln. Meine Kinder fragen mich ab und zu, was ich denn so mache in der Arbeit und das ist immer schwer zu erklären. Ich bin in der IT-Branche und ich mache Softwareverkauf. Die einfachste Erklärung ist, ich zeige meinen Kindern, was unsere Kunden machen. Und die Bauprojekte unserer Kunden zu zeigen und zu wissen, dass wir mitgeholfen haben, diese Lösungen umzusetzen, von einem Plan, von einer Idee, ganz konkret in die Ausführung eines Projektes. Das erfüllt mich mit Stolz und mit Leidenschaft und das ist das, was mich jeden Tag antreibt, weiter Gas zu geben und auch meine Leute weiter zu motivieren. Ciao. Nei, computers arbeiten ... X